So, ja, dann schön, dass ich da sein darf. Hallo zusammen. Ich bin der Tom und ich arbeite als Senior Program Manager im Customer Experience Engineering Team rund um Azure Defender und Azure Security Center. Und der Micha hat schon gesagt, ich könnte euch jetzt den ganzen Tag darüber erzählen. Das wird dann aber relativ viel und somit werde ich mich versuchen, auf eine Stunde zu beschränken. Wenn ihr zwischendurch Fragen habt, teilt die gerne im Chat. Ich werde den selbst nicht monitoren, aber die Kollegen und Kolleginnen von der ProDot werden dann einfach mich kurz unterbrechen und die Fragen dann entsprechend stellen. Also, ihr müsst nicht warten bis zum Ende, sondern wenn es eine Frage zu einem aktuellen Thema gerade gibt, wenn ich was am Erklären bin, dann gerne nachfragen. Ich möchte nicht, dass ihr nachher Verständnisprobleme habt, weil es gibt wirklich einige Dinge rund um Azure Security Center, die möglicherweise noch gar nicht so bekannt sind draußen, die vielleicht aber auch falsch umgesetzt werden. Und da möchte ich euch einfach ein bisschen drauf eingehen und euch helfen zu verstehen, was Azure Security Center denn eigentlich ist. Wenn wir uns über das Thema Cloud Security Posture Management unterhalten und das ist ja eigentlich der Aufhänger des ganzen Themas rund um Azure Security Center, dann müssen wir uns zwingend auch um Security Hygiene, also um die, ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch richtig übersetzen sollte, aber naja, um die Hygiene rund um Sicherheitsaspekte kümmern. Das heißt, naja, das geht jetzt nicht nur um Covid-19, auch dort müssen wir natürlich Hygienekonzepte umsetzen, aber im Grunde geht es beim Cloud Security Posture Management um genau das Gleiche. Und wenn wir uns halt mal anschauen, was so 2020 in den Medien los war, dann werdet ihr feststellen, dass unabhängig voneinander sehr, sehr viele News-Plattformen, aber auch verschiedene andere, ich nenne es mal Autoritäten, die im Internet unterwegs sind und die Dinge erzählen, sehr oft gesagt haben, dass das Problem mit den Angriffen, die wir draußen sehen, häufig wirklich die Security Hygiene ist. Das heißt, die meisten Angriffe, die wir draußen in der freien Wildbahn gesehen haben, die erfolgreich waren, waren zurückzuführen auf mangelndes Security Posture Management und mangelnde Sicherheitshygiene. Und auch Palo Alto hat entsprechende Angriffe im Februar 2020 nochmal festgestellt, wo sie auch das Gleiche dann nochmal erzählt haben. Und wenn wir uns dann jetzt mal nochmal Covid-19 anschauen, ich habe da zwar jetzt keine Slide dazu dabei, aber dann haben wir zum Beispiel im März bei Microsoft gesehen, dass in dem Moment, in dem die Weltgesundheitsorganisation Covid-19 als eine Pandemie ausgerufen hat, dass es einen Tag später die ersten Angriffe gab, die genau dieses Thema versucht haben auszunutzen. Und das Gleiche haben wir jetzt auch nochmal gesehen, als in der letzten Woche und der Woche davor die News rund gegangen sind, dass es denn jetzt demnächst Impfmöglichkeiten gegen Covid-19 geben wird. Das heißt, das ganze Thema Security Hygiene ist nicht ein One-Time-Job. Das ist nichts, was wir einmal machen, sondern das ist eigentlich ein Kreislaufprozess. Wir müssen anfangen, damit festzustellen, dass wir dann wirklich entweder einen Angriff haben oder zumindest eine Sicherheitslücke irgendwo konfiguriert haben. Wir müssen darauf reagieren und müssen dann auch dafür Sorge tragen, dass diese Sicherheitslücke geschlossen wird. Danach müssen wir wieder anfangen zu schauen, ob es denn irgendwas gibt, was wir übersehen haben und diesen ganzen Kreislauf dann immer nochmal durchgehen und immer nochmal verinnerlichen. Wenn wir das nicht tun, ich kann euch ein Beispiel sagen, wenn ihr anfangt im Security Center, euch um die sogenannten Recommendations zu kümmern und den Secure Score versuchen zu erhöhen, wir gucken uns das nachher nochmal ein bisschen genauer an. Aber wenn ihr anfangt, auf die Recommendations zu reagieren, dann werdet ihr zuerst mal dafür sorgen, dass die bestehenden Ressourcen abgesichert werden, dass ihr also die Misskonfiguration behebt. Aber wenn ihr das nur für bestehende Ressourcen macht und nicht für Ressourcen, die neu deployed werden, dann habt ihr an der Stelle dann auch nochmal ein Problem, weil ihr dann, naja, wieder eine Unsicherheit in die eigene Infrastruktur da mit einbaut oder in die gesamte Cloud-Umgebung mit einbaut. Ich habe schon gesagt, wenn wir uns im Azure Security Center kümmern und uns das Produkt anschauen, dann ist Cloud Security Posture Management einer der wichtigen Aspekte. Der zweite wichtige Aspekt ist die Cloud Workload Protection Capability, die wir hier haben. Und Cloud Workload Protection wird in Azure Security Center über Azure Defender abgebildet und das schauen wir uns nachher auch dann nochmal ein bisschen genauer an, was das eigentlich bedeutet. Wir haben während der Microsoft Ignite im September diesen Jahres relativ viele Änderungen vorgestellt. Nicht nur was die Übersicht und die Oberfläche angeht, sondern auch was Features angeht und auch eben das neue Naming mit Azure Defender und auch mit Microsoft Defender. Auch das werdet ihr nachher dann nochmal im Detail sehen und hoffentlich danach dann auch ein bisschen besser verstehen. Und wenn wir uns jetzt über Security Hygiene unterhalten, dann ist es eben genau das Cloud Security Posture Management, was Azure Security Center bietet. Und da geht es eben unter anderem um Compliance Assessments. Das heißt, Azure Security Center wird eure Umgebung analysieren und wird euch darauf basierend entsprechende Empfehlungen geben, was ihr denn tun müsst, damit die Umgebung sicher ist. Wir haben jede Menge APIs zur Verfügung, die wir nutzen können, um zum einen an Informationen heranzukommen. Also alles das, was ihr im Azure Security Center Dashboard seht, könnt ihr über eine REST API oder auch über Azure Resource Graph ansprechen und diese Informationen dann daraus beziehen. Ihr könnt gleichzeitig die APIs aber auch nutzen, um Konfigurationsänderungen vorzunehmen. Policy Enforcement, das heißt, wir basieren mit Azure Security Center fast vollständig auf Policies, wenn es darum geht, die Regulatory Compliance und auch die Recommendations darzustellen. Und wir haben Threat Protection Capabilities, die auch in CSPM, im Cloud Security Posture Management, aufgehoben sind. Und schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen konkreter an. Wenn wir uns Cloud Security Posture Management anschauen möchten, dann sind es eigentlich zwei Kernthemen, die sehr, sehr wichtig sind in Azure Security Center. Das ist zum einen der Secure Score und zum anderen ist es das ganze Thema rund um Policies und Compliance. Und wenn ihr mal in das aktuelle Azure Security Center Recommendations Dashboard reinschaut, dann sieht es heute so aus. Das heißt, ihr habt einen Secure Score, der dargestellt wird für alle, in dem Fall sind es bei mir zwei Subscriptions, die ihr gefiltert habt. Das heißt, auch diese Ansicht basiert vollständig auf dem Azure Subscription Filter, den ihr im Azure Portal findet. Und ihr habt da unten drunter sogenannte Security Controls und wir haben in diesen Security Controls die Recommendations. Jetzt ist es so, dass Secure Score sich vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb Jahren geändert hat. Bis dahin war es so, ich gehe noch mal in den Slide zurück, dass ihr für jede dieser Recommendations eine gewisse Anzahl an Punkten bekommen habt. Als Beispiel, wenn ihr euch darum kümmert, dass ihr die Vulnerability Assessment Findings auf euren SQL Datenbanken behebt, bekommt ihr zum Beispiel 50 Punkte zusätzlich zu eurem Secure Score. Dann gibt es auch eine andere Recommendation, die dann besagt, ihr solltet natürlich auch eine Vulnerability Assessment Solution installiert haben, in dem Fall auf virtuellen Maschinen. Und auch dafür gab es dann noch mal 50 Punkte oder 100 Punkte oder vielleicht 70 Punkte. Gleiches ist dann wahr für die beiden oberen Recommendations, die ihr hier seht. Dann haben wir aber irgendwann festgestellt, dass das ja eigentlich eine trügerische Sicherheit ist, weil nur weil ihr euch darum kümmert, dass ihr eine Vulnerability Assessment Solution auf einem SQL Server installiert habt oder in dem Fall hier, dass die Funktion aktiviert ist, dann heißt es ja immer noch nicht, dass ihr sicher seid, sondern ihr müsst euch dann natürlich auch darum kümmern, dass diese Vulnerability Findings oder die Vulnerability Assessment Findings dann auch behoben werden. Also machen wir das heute so, dass Secure Score auf sogenannten Security Controls basiert. Derer haben wir hier 15 Stück, stimmt das? Ja, es sind 15, die nach unserer Idee gewichtet sind. Das bedeutet, dass wir halt beispielsweise sagen, Enable MFA ist das Security Control, was die meisten Punkte mit 10 gibt. Und diese Gesamteinheit an Punkten sind 60. Das heißt, ihr könnt Stand heute nicht mehr als 60 Punkte für euren Secure Score bekommen. Jetzt ist es aber so, wenn ihr sicherstellen wollt, dass ihr diese 10 Punkte bekommt, dann müsst ihr alle Recommendations, die in diesem Security Control zusammengefasst sind, für eine, in dem Fall ist es eine Subscription als Ressource, beheben. Nur wenn ihr alle Recommendations, die sich in einem Security Control befinden, wenn ihr euch um alle diese gekümmert habt, für mindestens eine Ressource, dann bekommt ihr für diese eine Ressource die entsprechenden Punkte gutgeschrieben. Und wenn wir jetzt nochmal ein Bild zurückgehen, dann werdet ihr sehen, dass Remediate Vulnerabilities 9% oder 5 Punkte als sogenannten Potential Score Increase darstellt. Wenn wir jetzt mal hier schauen, dann ist Remediate Vulnerabilities dargestellt mit einem maximalen Score von 6. Warum ist das so? Nun, weil in diesem Beispiel schon einige Ressourcen, ich nenne es mal auf grün stehen, die haben also keine Sicherheitslücken mehr und nur noch 39 dieser 54 Ressourcen sind an der Stelle unsicher. Jetzt ist es so, dass im Grunde dann die sechs Punkte, die ihr maximal haben könnt für dieses eine Security Control, durch die Anzahl an Ressourcen geteilt wird und für jede Ressource, die ihr vollständig remediated habt, bekommt ihr dann einen Bruchteil des gesamten Secure Scores gutgeschrieben. Wenn ihr im Portal unterwegs seid, im Azure Security Center Dashboard und dann mit der Maus hier drüber fahrt, dann poppt ein kleines Fenster auf, das euch sagt, wie viele Punkte ihr bereits habt, wie viele Punkte ihr noch erreichen könnt und noch einen dritten Punkt, der mir jetzt gerade entfallen ist, aber das ist nicht weiter schlimm. Das heißt, um also diesen Secure Score auf 100% zu bekommen, müsst ihr sicherstellen, dass alle Security Controls oder eigentlich alle Recommendations innerhalb aller Security Controls für alle eure Ressourcen grün sind. Jetzt seht ihr hier einen Secure Score von maximal 58 Punkten. Ich habe aber eben gesagt, dass 60 Punkte der maximale Secure Score sind. Diese Punkte, die ihr hier bekommt oder diese Controls, die angezeigt werden, sind abhängig von den Typen der Ressourcen, die ihr bereitstellt. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel keine virtuellen Maschinen bereitstellt und keine Netzwerkressourcen in Azure bereitstellt, dann werdet ihr die Recommendation oder das Security Control, Secure Management Ports überhaupt nicht sehen. Das heißt, in dem Fall würdet ihr diese acht Punkte auch nicht gut geschrieben bekommen am Ende, sodass euer maximaler Secure Score dann nicht 60, sondern nur 52 Punkte wäre. Ihr werdet das auch in meinen Umgebungen nachher sehen. Ich habe keine Subscription mit 60 Punkten und ich habe auch keine mit einer maximal erreichbaren Anzahl von 60 Punkten, einfach weil ich nicht alle Typen von Ressourcen darin bereitgestellt habe. Jetzt ist es so, je mehr ihr euch darum kümmert, diese Recommendations innerhalb der Security Controls zu erledigen, desto höher wird euer Secure Score und dementsprechend wird auch eure Umgebung sicherer. Ich weiß, dass viele Kunden noch immer Secure Score nicht als ihre Main Security KPI verwenden, einfach aus verschiedenen Gründen. Aber einer der Gründe ist wahrscheinlich auch, dass das alte Secure Score Modell nicht wirklich sicher war, sondern es war halt nur eine Punktvergabe dafür, wenn ihr eine Misskonfiguration nochmal glatt gezogen habt. Heute ist es so, dass Secure Score wirklich auch die Sicherheit nochmal reflektiert. Das heißt, wenn ihr euch darum kümmert, dass euer Secure Score besser wird, dann bedeutet es auch wirklich, dass eure Umgebung im Hintergrund abgesichert ist. Und warum hat Enable MFA die höchste Punktzahl? Nun, weil etwa 99,9 Prozent aller Angriffe auf Identitäten und wenn wir uns das ein bisschen genauer anschauen, dann werden wir auch sehen, dass die meisten erfolgreichen Angriffe auf eine Umgebung mit der Identität beginnen. Denn, dass 99,9 Prozent aller Identitätsangriffe mit MFA, mit der mehrstufigen Authentifizierung vermieden werden könnten. Wenn wir jetzt also Secure Score als die Main Security KPI verwenden möchten, als den Key Performance Indicator, dann sieht das im Idealfall so aus, dass ihr irgendwann mit einem relativ niedrigen Secure Score anfangt. Und über die Zeit wird dieser Secure Score immer höher, immer höher und irgendwann erreicht ihr vielleicht 100 Prozent. Die Idee dabei ist, dass je höher der Secure Score wird, desto größer ist dann auch die Sicherheit, die ihr dann wirklich erreicht habt. Und gleichzeitig wird die Anzahl offener Recommendations heruntergehen. Wichtig dabei ist aber, und das hatte ich eben schon mal so ein bisschen am Rande erwähnt, dass ihr euch auch wirklich darum kümmert, nicht nur bestehende Ressourcen abzusichern, sondern dass ihr auch alles das, was ihr mit bestehenden Ressourcen anfangt, dass ihr das auch für neue Ressourcen macht. Dass ihr also sicherstellt, dass wenn ihr euch um einen Security Control gekümmert habt oder vielleicht auch nur um eine Recommendation innerhalb des Controls, dass diese Änderung auch direkt bereitgestellt wird für neue Ressourcen. Denn wenn ihr das nicht tut, dann fangt ihr vielleicht wieder mit dem gleichen Secure Score an und der geht auch irgendwann hoch und dann kommt aber jemand, der neue virtuelle Maschinen und neue Storage Accounts bereitstellt und danach wird euer Secure Score nochmal runtergehen, weil ihr vielleicht nicht die Disk Encryption aktiviert habt. Oder weil ihr vielleicht vergessen habt, das Häkchen zu setzen bei Enforce HTTPS for Storage Accounts. Es ist also wirklich wichtig, dass wir uns das Security Posture Management wirklich als laufenden Prozess anschauen. Wenn ihr euch darum kümmert, bestehende Ressourcen abzusichern, dann ist das schon der richtige Weg, weil irgendwo müssen wir ja mal anfangen, aber dass ihr euch dann gleichzeitig auch schon Gedanken darüber macht, wie ihr das Ganze dann abbilden könnt für neue Ressourcen. Wenn wir uns den Secure Score im Security Center anschauen, dann ist das immer ein Schnappschuss zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, ihr werdet immer einen aktuellen Secure Score sehen. Wir haben darin keine Secure Score Over Time Funktion. Also wir haben auch keine Historie, die ihr im Dashboard dann direkt herauslassen könnt. Was wir aber haben, ist ein Power BI Dashboard und das findet ihr im GitHub Repository zu Azure Security Center, mit dem ihr in der Lage seid, euren Secure Score nicht nur zum jetzigen Zeitpunkt, sondern auch wirklich über die Zeit hinweg darzustellen. Und das für verschiedene Subscriptions, die Änderungen, die dann mit dem jeweiligen Zeitpunkt dargestellt werden. Ihr habt hier eine Kurve, die euch dann zeigt, wie sicher die Umgebung denn wirklich ist. Und ihr habt es heruntergebrochen auf Security Controls. Ihr könnt also wirklich genau sehen, wie sich denn der Secure Score eines einzelnen Security Controls entwickelt hat. Das Ding funktioniert folgendermaßen übrigens. Wir haben eine Logic App, die ihr auch im GitHub Repository findet. Diese Logic App wird verschiedene REST APIs ansprechen und einmal am Tag die Informationen in einem Log Analytics Workspace ablegen. Das Power BI Dashboard sitzt dann da oben drauf, zieht sich die Informationen aus dem Log Analytics Workspace und wird die dann grafisch einfach darstellen. Es gibt jetzt auch eine neue Capability, die jetzt gerade gestern bekannt gegeben wurde. Das ist den Secure Score automatisch über Continuous Export auch herauszulassen. Das heißt, ihr braucht dann an der Stelle nicht mehr die Logic App hinten dran, sondern ihr könnt es direkt dann mit Bordmitteln machen. Aber ihr braucht immer noch den Zwischenschritt über den Log Analytics Workspace oder über einen Event Hub, weil wir die Daten halt nicht im Hintergrund zwischenspeichern. Sondern wie gesagt, im Dashboard seht ihr halt immer nur, also nicht im Power BI Dashboard, sondern im Azure Security Center Dashboard seht ihr immer nur einen Secure Score zum jetzigen Zeitpunkt. Und wie stellen wir denn jetzt sicher, dass wenn wir uns um die Behebung von Misskonfigurationen bei bestehenden Ressourcen kümmern, dass wir das gleichzeitig auch für neue Ressourcen machen? Nun, indem wir diesen, ich nenne es mal einen Shift-Left-Prozess etablieren. Security war früher immer im Bereich Operations zu finden. Das heißt, wenn irgendwas bereitgestellt wurde, dann hat sich das administrative Team darum gekümmert, Sicherheit zu etablieren. Das funktioniert heute aber so nicht mehr. Das heißt, was wir tun müssen, ist Sicherheit bereits in den Deployment und auch schon in den Bild- und Testprozess einfließen zu lassen. Und da haben wir mehrere Tools zu. Zum einen könnt ihr das Bereitstellen der Ressourcen über ARM-Templates machen und das dann direkt in Azure DevOps integrieren. Ihr könnt gleichzeitig aber Azure Policies verwenden, die zum einen als Deny-Policy verhindern, dass eine fehlkonfigurierte Ressource überhaupt bereitgestellt wird. Oder als Deploy-If-Not-Exist-Policy könnt ihr dafür sorgen, dass wenn eine Ressource bereitgestellt wird, die nicht sicher bei Default ist, dass dann die Misskonfiguration automatisch behoben wird. Und auch das lässt sich direkt in Azure DevOps einbinden. Das heißt, ihr könnt Azure Policy im Zusammenhang mit ARM-Templates verwenden, um dann auch wirklich sicherzustellen, dass, sobald ihr euch darum gekümmert habt, dass eure bestehenden Ressourcen sicher sind, auch keine misskonfigurierte, fehlkonfigurierte neue Ressource bereitgestellt werden kann. Ich habe das eben erwähnt. Auf der Microsoft Ignite haben wir das neue Security-Dashboard als eine der Neuerungen vorgestellt. Und im neuen Security-Center-Dashboard findet ihr jetzt eine sehr reduzierte linke Navigationsleiste. Und ihr habt vier Hauptpunkte, die ihr hier drin seht. Zum einen den Secure-Score, und das ist der gesamte Secure-Score über eure gesamte Umgebung, also über alle Subscriptions, die ihr im Subscription-Filter gefiltert habt. Ihr seht Azure Defender als separates Produkt innerhalb von Azure Security-Center. Darin findet ihr nicht nur die Alarme, also alles, was mit Cloud Workflow Protection und Threat Detection zu tun hat, sondern ihr findet auch die erweiterten Funktionen von Azure Security-Center, wie zum Beispiel Just-in-Time-VM-Access oder Adaptive Application Controls. Daneben findet ihr Inventory. Das ist das Inventory-Dashboard, das auf Azure Resource Graph basiert. Das zeige ich euch nachher auch nochmal. Und ihr habt ein Compliance-Dashboard, in dem ihr Regulatory-Compliance-Standards einblenden könnt und dann schauen könnt, wie eure Umgebung denn im Hinblick auf die Regulatory-Compliance unterwegs ist. Daneben haben wir noch einige Dinge im Bereich Cloud Security Posture Management vorgestellt. Ich habe euch gerade schon gesagt, wir haben das Inventory-Dashboard. So sieht es aus. Das heißt, ihr habt darin die Möglichkeit, unhealthy und healthy resources zu sehen. Ihr findet also eure breitgestellten Azure-Resourcen und auch Azure Arc-Resourcen. Ihr findet weitere Informationen, wie zum Beispiel in welcher Subscription die unterwegs sind und ob das Agent-Monitoring aktiv ist oder nicht. Und ihr seht den Recommendations-Status. Das Ganze könnt ihr dann hier oben filtern und ihr habt über den Klick auf View in Resource Graph Explorer, das ist ein Button, wenn ihr darauf klickt, dann bekommt ihr direkt die Kuste Query Language Query angezeigt. Im Azure Resource Graph und könnt dann darauf basierend zum Beispiel eigene Workbooks bauen. Ihr könnt weitere Informationen filtern. Ihr könnt die Query anpassen und umbauen, so wie ihr das braucht. Also ihr habt dort grundsätzlich alle Möglichkeiten. Das zweite, was wir neu haben, ist das Resource Exemption Feature und das ist was, was super viele Kunden nachgefragt haben in der Vergangenheit, weil bislang hattet ihr immer nur die Möglichkeit, wenn ihr eine Empfehlung nicht sehen wolltet, dann musstet ihr innerhalb des Initiative Assignments in Azure Security Center die jeweilige Policy, die für die Recommendation benötigt wird. Diese Policy musstet ihr deaktivieren und das war immer eine Subscription-weite Einstellung. Das heißt, wenn ihr jetzt sagtet, ich möchte zum Beispiel die Empfehlung, dass ein Storage Account HTTPS enabled haben muss, die möchte ich gar nicht sehen, aber ich möchte das nur für einen Storage Account sehen, dann war das immer ein relativ großes Problem. Seit der Ignite haben wir da jetzt eine Funktion, die basiert wiederum auf Policy Exemptions, also ein Feature von Azure Policy und damit habt ihr die Möglichkeit, eine einzelne Ressource von dem Assessment auszunehmen. Das heißt, ihr habt dann zwei Möglichkeiten, ihr könnt nämlich eine Justification Category angeben, entweder Mitigated oder Waiver. Mitigated bedeutet, dass ihr die Idee, die hinter der Recommendation steht, bereits behoben habt mit einer Lösung, die Azure Security Center nicht monitoren kann. Und Waiver an der Stelle bedeutet, dass ihr das Risiko für diese eine Ressource für eine gewisse Zeit akzeptieren möchtet, einfach weil ihr, naja, weil entweder eure Organisation sagt, das ist jetzt für uns, für diese eine Ressource nicht maßgeblich. Wir wollen das also erstmal gar nicht sehen, wir wollen das ausgeblendet haben, um uns auf die wichtigen Dinge zu fokussieren. Oder, weil ihr halt sagt, wir wissen Bescheid, wir kümmern uns auch innerhalb von zwei bis drei Wochen darum, dass das Problem gelöst wird, aber so lange möchten wir halt keine entsprechende Recommendation sehen. Darauf basierend findet ihr wiederum zwei Automation Beispiele. Das sind auch jeweils Logic Apps. Das eine ist eine Logic App, die hilft euch, eine Ressource Exemption zu beantragen, in dem Fall, wenn ihr die Berechtigung dazu nicht habt. Und das andere ist eine Notification, das heißt, sobald eine Ressource Exemption erzeugt wird, wird zum einen die Information darüber in den Log Analytics Workspace herausgeschrieben und zum anderen wird eine E-Mail an den Security Contact der Subscription geschickt mit dem Hinweis, dass jetzt gerade eine neue Ausnahme eingetragen wurde. Ich habe GitHub schon angesprochen, ihr findet im GitHub Repository von Azure Security Center relativ viele Tools rund um Security Management at Scale. Das heißt, ihr findet dort zum einen Automation Artifacts, die euch dabei helfen, automatisiert auf eine Empfehlung zu reagieren, aber auch auf Alarme. Zum Beispiel haben wir dort eine Logic App, die wird automatisch in der Network Security Group eine Deny-Regel für einen Angreifer eintragen, sobald eine Brute-Force-Attacke auf einer virtuellen Maschine erkannt wird. Zum anderen findet ihr dort aber auch so Dinge wie das Secure Score Dashboard, andere Workbooks und auch Azure Policies, die wir nutzen, um bei unseren Kunden halt direkt dafür Sorge zu tragen, dass eben, wenn so eine Empfehlung hochkommt, dass die dann direkt schon behoben wird. Also Policies, die ich eben schon angesprochen hatte. Das ist die Startseite, nenne ich es mal, des Security Center GitHub. Ihr findet das direkt unter aka.ms.asc-github und ihr landet dann auf der Wiki-Page, die wir extra dafür gemacht haben, um dann nochmal zu zeigen, was denn eigentlich alles zu finden ist in dem Repository. Und auch, was ihr denn tun könnt, wenn ihr eure eigenen Automation Artifacts dort hochladen möchtet. Nur weil da jetzt Azure und Azure Security Center drinsteht, bedeutet das nicht, dass das ein Microsoft Repo ist, sondern das ist wirklich ein Community Repository. Und wir möchten auch euch die Community dazu einladen, darin teilzuhaben. Das heißt, wenn ihr jetzt Policies baut, die zum Beispiel dabei helfen, Recommendations automatisch zu beheben. Oder wenn ihr ein PowerShell-Skript verwendet, dass ihr denkt, das auch für die Community sinnvoll ist, dann lasst es uns wissen. Ihr könnt dann einfach einen Pull-Request in dem Repository erzeugen. Ich und mein Team, wir bekommen dann eine entsprechende Information darüber. Wir werden dann schauen, ob das direkt so integriert werden kann oder ob noch Änderungen notwendig sind. Und wenn es integriert werden kann, dann könnt ihr das dann, dann wird es automatisch gemerged. Wichtig an der Stelle ist, wir brauchen immer eine Readme. Da findet ihr auch ein kleines Template in dem Wiki. Und in dem Readme habt ihr als allererstes neben dem Namen die Möglichkeit, euch als Autor einzutragen. Weil wir nicht möchten, dass das als Microsoft-Artefekt dann dargestellt wird. Sondern wir möchten auch, dass ihr diejenigen seid, die dann auch die Public Credits, wenn ich es einfach mal dafür bekommen. Das heißt, der Autor eines solchen Artefakts darf auch gerne und soll auch gerne genannt werden, insofern das dann über die eigene Corporate Policy möglich ist und zum anderen derjenige oder diejenige das auch wünscht. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns Azure Security Center mal ein bisschen genauer an. Ich habe es euch eben schon gesagt, das ist das zentrale Secure Score Dashboard mit den vier großen Tiles, also mit den großen Bereichen für Secure Score, Regulatory Compliance, Azure Defender und Inventory. Wir fangen mal mit dem Secure Score an. Was ihr nämlich hier seht, ist der gesamte Secure Score 69 Prozent für in dem Fall zwei Subscriptions. Und wenn wir uns den dann nochmal anschauen im Detail, dann haben wir hier zwei Subscriptions drin. Eine von denen hat einen Secure Score von nur 35 Prozent mit einer Maximalpunktzahl, die möglich wäre, von 51. Und wir haben eine zweite Subscription mit einem Secure Score von 71 Prozent und einer Maximalpunktzahl von 58, die möglich wäre. Jetzt habt ihr direkt die Möglichkeit, hier raus auf die Recommendations der jeweiligen Subscriptions zu wechseln. Ich mache das mal kurz für die obere. Ihr seht auch hier oben, Showing Subscription ist nur die ASC-Demo, das heißt, die eine Subscription wird jetzt ausgewertet. Wenn ihr aber die Recommendations für alle eure Subscriptions sehen wollt, dann könnt ihr das direkt aus dem Navigationsbereich machen, indem ihr auf Recommendations klickt. Diese Ansicht hier basiert vollständig auf dem Subscription-Filter, den wir hier oben drin haben, also den normalen Subscription-Filter vom Azure Portal. Was jetzt relativ neu ist, ist hier oben diese Filterfunktion. Die wurde erst letzte oder vorletzte Woche in der Public Preview heraus in das Produkt eingebaut. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel filtern nach Recommendations, die eine Exemption eingetragen haben. Das sind jetzt in dem Fall hier vier Stück und ihr seht auch dann weiterhin, sie sind immer noch gruppiert nach dem jeweiligen Security Control. Oder wir möchten uns auf die fokussieren, die einen Quick Fix haben. Quick Fix ist das, wo ihr diesen Quick Fix Button hinten dran seht. Und das sind im Grunde Recommendations, die schon automatisch, ich gehe mal kurz auf die hier drauf, die automatisch eine Möglichkeit bieten, die Misskonfiguration nochmal glatt zu ziehen. Ich kann das jetzt hier nicht machen, weil ich keine Berechtigung auf die virtuellen Maschinen habe. Aber im Grunde, was ihr hier seht, ist ein View Remedation Logic Button und ihr seht dann hier normalerweise drin den Script Content, der jetzt gerade, ah, da kommt er. Ihr seht also im Grunde den Inhalt dessen, was jetzt gemacht wird. In dem Fall hier ist es ein Resource Deployment innerhalb eines ARM Templates und dabei wird eine Vulnerability Assessment Solution, in dem Fall die Qualis VA Solution, die eingebaut ist, auf die virtuelle Maschine installiert. Ihr könnt hier oben auch anders filtern, zum Beispiel, dass wir nur Recommendations sehen, die offen sind. Das heißt, alles, was wir schon abgeschlossen haben, soll bitte ausgeblendet werden. Das hilft also dann dabei, sich auf die offenen Dinge zu fokussieren. Und dann haben wir hier oben noch Recommendation Maturity. Da geht es darum, ob ihr eine GA oder eine Preview Recommendation sehen möchtet. Und das ist jetzt ein ganz wichtiges Thema, denn was wir hier drin haben, die Preview Recommendations, die werden mittlerweile mit so einem eigenen Tag versehen. Und diese Recommendations beeinflussen euren Secure Score nicht. Das heißt, wenn wir uns um dieses Security Control hier kümmern, dann müssen wir uns um alle Recommendations innerhalb des Controls für eine jeweilige Ressource auch kümmern. Wenn wir das nicht für die Preview Recommendations machen, dann ist das erstmal okay, weil es dann nicht bedeutet, dass wir den Secure Score nicht erhöhen können. Es bedeutet aber gleichzeitig, dass wenn wir uns darum nicht kümmern und diese Recommendation irgendwann GA ist, also nicht mehr den Preview-Status hat, dann wird sie den Secure Score beeinflussen. Das bedeutet dann, wenn wir uns darum nicht gekümmert haben, dann wird der Secure Score hinten dann auch wieder die Kurve nach unten machen. Und das wollen wir also nicht. Deswegen hat Microsoft auch dann sich dazu entschieden, das Ganze jetzt so einzubauen. Im Grunde geht es da um eine Karenzperiode. Das heißt, zum einen wisst ihr dann schon, es wird eine neue oder es gibt jetzt eine neue Preview Recommendation. Es wird also auch eine neue Recommendation geben, die in Zukunft den Secure Score beeinflussen wird. Und ihr könnt euch dann schon überlegen, wie ihr denn sicherstellt, dass das auch zu eurer Umgebung passt. Dass also sobald das ganze GA ist, dann nicht euer Secure Score nochmal hinten dran nach unten geht. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, das sind ja nur Recommendations, also nur Empfehlungen. Mir ist es egal, ob der Secure Score nach unten geht. Das wäre ein Ansatz, aber nicht der richtige Ansatz, weil die Empfehlungen, die ihr hier findet, sind zum einen Microsoft Best Practices, sind zum anderen aber auch Industriestandards. Und wenn ihr hier eine Recommendation drin findet, um die ihr euch nicht gekümmert habt, dann gibt es auch ein gewisses Sicherheitsrisiko für die jeweilige Ressource. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir dort immer, also so im Abstand von Wochen, neue Recommendations hinzufügen. Wir haben jetzt gerade letzte Woche 29 neue eingebaut, die auf dem Azure Security Benchmark basieren. Von daher macht es dann schon auch Sinn, und ich habe das eingangs erwähnt, sich wirklich regelmäßig immer nochmal um die Recommendations zu kümmern. Zusätzlich findet ihr hier Recommendations, die ein AWS für Amazon Web Services oder ein GCP für die Google Cloud mit hinten dran haben. Das ist eine Capability, eine Funktion, die wir eingebaut haben, auch zur Microsoft Ignite. Ihr könnt also jetzt Security Center nicht nur innerhalb des Azure Ecosystems verwenden, sondern auch in den entsprechenden anderen Cloud-Plattformen. Und ihr werdet auch dort die Recommendations dann sehen. Allerdings ist das eine erweiterte Funktion. Das heißt, ihr benötigt Azure Defender, um die Multi-Cloud-Funktionen zu aktivieren innerhalb von Azure Security Center. Wir schauen uns Azure Defender nachher nochmal ein bisschen genauer an. Dazu Fragen. Dann wechseln wir nochmal zurück zum Slide-Deck und gucken uns ein kleines bisschen Threat Protection aka Azure Defender an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr dieses Slide schon mindestens einmal gesehen habt. Da kann doch noch eine Frage kommen. Im Chat vielleicht mal ganz kurz. Eine Frage aus dem Chat. Der Benjamin fragt, warum man nicht einfach alle Ressourcen schon super secure deployt und quasi alle Recommendations immer schon automatisch eingebaut sind und sie nur noch bei Bedarf aufweicht. Sollte man so tun. Das können wir, das dürfen wir aber nicht. Genauso können wir auch nicht dafür Sorge tragen, dass zum Beispiel Azure Security Center in jeder Umgebung aktiviert ist. Es gibt dort rechtliche Vorschriften im Bereich Datenschutz. Deswegen müsst ihr zwingend irgendwas tun, damit Azure Security Center aktiviert wird hinten dran. Das andere ist dann auch, es gibt Recommendations, die auf eine Umgebung passen, auf die andere vielleicht dann aber nicht. SAP zum Beispiel ist so eine, also SAP Umgebungen als Infrastructure as a Service innerhalb der Plattform. Das könnte zum Beispiel sowas sein, wo ihr vielleicht eher auch mal so ein Auge zudrückt und euch andere Dinge überlegt. Also andere Dinge im Sinne von, wie ihr denn sicherstellt, dass die Umgebung sicher ist und nicht auf die einzelne Recommendation drauf schaut. Das muss man im Detail dann immer nochmal genau betrachten. Also wir haben auch Kunden, die dann wirklich einzelne Policies komplett deaktivieren. Zum Beispiel haben wir ja Enable MFA. Das ist die Recommendation oder der Satz von Recommendations innerhalb eines Security Controls mit den meisten Punkten. Wenn ihr jetzt aber eine Third-Party-Lösung dafür habt, die MFA erzwingt, dann können wir das nicht tracken mit Azure Security Center. Das heißt aber ja nicht, dass ihr dann trotzdem unsicher seid, sondern es bedeutet ja nur, dass ihr dort eine andere Lösung habt, die wir nicht monitoren können und dementsprechend habt ihr dort die Möglichkeit, es dann auch zu deaktivieren. Und wenn ihr das deaktiviert, dann steigt natürlich euer Secure Score auch entsprechend dann nochmal hinten dran, weil dann dieses Security Control nicht mehr auf eure Umgebung angewendet wird. Das heißt, eure Maximalpunktzahl ist dann nur 50 statt 60 und dementsprechend wird der Secure Score sich relativ dann auch erhöhen. Noch eine Frage? Im Chat? Nee, das war's. Okay, danke. Gut, dann nochmal zurück zu diesem Slide. Also, das ist eine der Slides, die auf der Ignite-Raufen runtergelaufen sind und sie ist super wichtig und dennoch haben einige sie noch nicht so ganz verstanden. Und das gilt auch für innerhalb Microsoft, weil wir sehr gut damit sind, unsere Kunden und unsere Partner mit Namen zu vermitteln. Das war immer schon so und das ist sich am besseren, deswegen gibt es auch genau dieses Slide. Aber wir haben dort auch immer noch ein Stückchen zu geben. Wenn ihr euch mal zurückerinnert, es gab da einen Service, der nannte sich Azure ATP. Das ist eine Lösung, mit der ihr Anmeldeprozesse auf euren On-Premises-Domain-Controllern überwacht. Das ist kein Azure-Service. Das ist jetzt zum Beispiel Microsoft Defender for Identities. Ihr findet das Ding hier unten links. Der Name ist schon wesentlich ansprechender, weil ihr dann direkt seht, okay, da geht es um Identities, um Benutzerkonten, um Gruppenkonten. Also um genau das, was Azure ATP oder jetzt Microsoft Defender for Identities auch überwachen möchte. Und was wir also gemacht haben ist, wir haben all unsere Advanced Threat Protection Services, die wir so in der freien Wildbahn da draußen unterwegs am rumlaufen haben, versucht unter dem Microsoft Defender Namen zusammenzupacken. Das heißt, hier runter unter Microsoft Defender findet ihr jetzt zwei Säulen. Microsoft 365 Defender und Azure Defender. Wobei Microsoft 365 Defender auf genau diese Dinge achtet, die ihr hier drin seht. Also Applikationen, zum Beispiel ist das Thema Cloud App Security, ist unter Microsoft 365 Defender zu finden. Microsoft Defender for Endpoints ist das, was ihr als Microsoft Defender ATP kennt. Microsoft Defender für Office 365 ist das, was Office ATP war. Und ich habe es schon angesprochen, Azure ATP ist jetzt Microsoft Defender für Identities. Und dann gibt es auf der rechten Seite Azure Defender. Und Azure Defender ist im Grunde ein neuer Name für die Azure Security Center Standard Funktion. Also wir hatten Azure Security Center Standard für Server und das ist jetzt Azure Defender für Server. Wir haben Azure Defender für Container Registries. Wir haben Azure Defender für Kubernetes. Ihr findet heute Azure Defender für SQL. Und im Grunde könnt ihr euch das so vorstellen, dass alles das, was mit Infrastruktur und Serversicherheit zu tun hat, unter dem Azure Defender Brand zu finden ist. Und alles, was in Richtung Endgeräte, Benutzerkonten und Applikationen geht, findet ihr heute unter Microsoft 365 Defender. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch diese beiden Säulen, um Sicherheit mit Microsoft Produkten abbilden zu können. Und diese beiden Säulen und die einzelnen Produkte aus den beiden Säulen heraus, die lassen sich an Azure Sentinel anbinden. An eine Lösung, mit der ihr dann in der Lage seid, auf Signale zu reagieren. Die Signale auch aus beiden Welten, nenne ich es mal, zusammenzubringen und dann auch zu schauen, wenn dann irgendwas passiert, was denn passiert ist. Das heißt, Azure Sentinel alleine macht nicht wirklich Sinn. Microsoft 365 Defender alleine kann funktionieren. Dann habt ihr aber eben nur einen Blick auf eure Endgeräte und eure Applikationen, eure User. Nicht auf die Infrastruktur hinten dran. Azure Defender alleine kann auch funktionieren. Dann wisst ihr aber nicht, was auf euren Endgeräten los ist. Das heißt, sinnvoll ist es wirklich, all diese Produkte zusammenzubringen. Azure Defender mit Microsoft Defender oder Microsoft 365 Defender und damit die Signale dann nach Azure Sentinel zu bringen. Nur dann habt ihr wirklich die volle Übersicht über alles, was in euren Umgebungen los ist. Das heißt, auch die Fragestellung, brauche ich denn Azure Sentinel oder Azure Defender, ist eigentlich die falsche. Weil das unterschiedliche Ansatzpunkte sind. Azure Defender ist ja eine, wir haben das eben schon gehört, Cloud Workload Protection Plattform oder ein Cloud Security Posture Management innerhalb der Cloud. Es kümmert sich also darum, die Sicherheit eurer Cloud Infrastruktur, eurer Cloud Plattform sicherzustellen. Gleichzeitig bietet es aber auch erweiterte Threat Protection Funktionen mit einer Integration zum Beispiel auch nach Microsoft Defender for Endpoints. Aber Azure Sentinel beispielsweise wird euch keine Policies und Governance Konzepte mit hinten dran geben. Sondern Azure Sentinel ist eine SIEM Solution oder eine SIEM SOA Solution, mit der ihr es schafft, zum einen auf Dinge zu reagieren und zum anderen auch Automatismen rauslaufen zu lassen. Wobei auch das ein Teil ist, den ihr wiederum in Azure Defender und Azure Security Center findet. Gucken wir uns dann gleich aber auch nochmal im Detail an. Aber die Fragestellung, wie gesagt, brauche ich Azure Sentinel oder Azure Defender, das ist eigentlich die falsche Frage. Sondern man muss erstmal herausfinden, was denn wirklich die Idee des Ganzen ist hinten dran. Und dann halt zu schauen, was man wirklich benötigt. In der Regel ist es aber eigentlich beides. Weil sich die Produkte gegenseitig ergänzen. Und Azure Defender wiederum ist im Hintergrund dann nachher ein sogenannter Connector in Azure Sentinel. Um dann in der Lage zu sein, auf die Event Logs der virtuellen Maschinen zu reagieren, aber auch auf die Plattforminformationen und auch die Security Alarme, die Azure Security Center selbst generiert, um die dann nach Azure Sentinel zu bringen. Azure Defender hat auch ein eigenes Dashboard innerhalb von Azure Security Center. Es hat auch die gleiche Optik. Und ihr findet darin dann zum einen die Security Alerts, also die Alarme, die aufgelaufen sind für eure Umgebung. In dem Fall dann wiederum jetzt 64 Subscriptions, abhängig vom Subscription Filter. Ihr habt hier oben das Thema Azure Defender Coverage. Da geht es also darum, dass ihr pro Subscription die einzelnen Azure Defender Pläne aktivieren oder deaktivieren könnt. Und ihr habt das ganze Thema Advanced Protection hier unten drunter. Das heißt, alles das, was vorher nur ermöglicht wurde mit Azure Security Center Standard, ist jetzt im Bereich Azure Defender zu finden. Zum Beispiel Just-in-Time VM Access, Adaptive Application Control, die Network Map, Container Scanning und so weiter. Multicloud hatte ich eben schon ganz am Rande angesprochen. Was wir hier nutzen, ist Azure Arc. Azure Arc wurde ja auf der Ignite in 2019 vorgestellt. Und das ist im Grunde ein Service, der es euch ermöglicht, On-Premises und andere Cloud-Server als Azure Ressourcen darzustellen. Das heißt, eine Azure Arc-Maschine wird eigentlich innerhalb der Azure Subscription ähnlich angezeigt wie eine virtuelle Maschine auf Azure. Und ihr habt dann mit Azure Arc auch die Möglichkeit, aus Security Center heraus zum einen Recommendations erzeugen zu lassen. Ihr könnt aber auch mit Policies arbeiten und dementsprechend euer Governance-Konzept nicht nur von Azure, sondern eben auch auf On-Prem und darüber hinaus auf die anderen Clouds erweitern. Wichtig an der Stelle ist aber, ihr braucht dafür Azure Defender. Also Azure Defender für Server, um ganz genau zu sein. Und das ist dann nochmal ein entsprechendes Slide dazu. Das heißt, wir nutzen im Hintergrund Azure Arc und über den ARM, über den Azure Resource Manager, habt ihr dann die Möglichkeit, eben die anderen Systeme dann auch anzusprechen. Das heißt, ihr habt dann wirklich das gleiche Look and Feel. Ihr findet die Security Recommendations für die anderen Cloud-Plattformen. Ihr könnt das Role-Based Access Control innerhalb von Azure verwenden, um auf die Ressourcen zuzugreifen. Also im Grunde alles das, was für Compliance und Governance wichtig ist, wird euch dann auch ermöglicht auf On-Premises und anderen Cloud-Servern. Für Azure Security Center ist es jetzt im Grunde auch wirklich nur noch so, dass es zwei Welten gibt, nämlich Azure und alles andere, was dann über Azure Arc angebunden wird. Ihr habt natürlich immer noch die Möglichkeit, den Log Analytics Agent, den wir verwenden, auch auf On-Prem-Server manuell zu installieren, ohne Azure Arc. Dann verliert er aber einzelne Capabilities, einzelne Funktionen dafür. Und ja, im Grunde alles das, was ihr hier drauf seht, erweitern wir aus Azure Security Center heraus auch auf die anderen Umgebungen. Also ihr bekommt einen Secure Score für die Ressourcen. Ihr habt, ich habe es schon erwähnt, die Policy-Möglichkeiten. Was halt ganz spannend ist, ist, ihr bekommt auch Threat Detection und Vulnerability Assessment über Azure Defender für Server auch auf diese Maschinen. Das heißt, ihr habt ja innerhalb von Azure Defender für Server die Möglichkeit, das Qualys VA zu verwenden. Das ist eine Vulnerability Assessment Solution, die direkt in die Plattform integriert ist. Das heißt, es wird im Grunde im Hintergrund auf der virtuellen Maschine eine VM Extension installiert. Das ist Qualys VA, was dann dort läuft. Auf der virtuellen Maschine werden dann Analysen durchgeführt. Und die Findings davon findet ihr dann als entsprechende Recommendation. Und ihr habt dann die Möglichkeit, auf diese Vulnerability Assessment Findings zu reagieren. Zusätzlich habt ihr auch die Automatisierungs- und die Siem-Integrations- und Exportfunktionen. Das heißt, alle Informationen, die wir von Azure Arc-Maschinen haben, werden in Azure Security Center und in unseren APIs genauso dargestellt, wie die Informationen, die wir von den Azure VMs dann auch bekommen. Stand heute ist es so, dass wir nur virtuelle Maschinen in den anderen Cloud-Plattformen und On-Premises-Server unterstützen. Das heißt, wir binden noch keine Plattform-Dienste aus den anderen Clouds an. Das heißt aber nicht, dass es auch für immer so bleiben wird. Bevor wir jetzt zur Summary gehen, würde ich dann gerne nochmal in Richtung Live-Demo wechseln. Das heißt, Azure Defender hatte ich jetzt kurz gezeigt. Dann zeige ich euch mal das Live-Dashboard. Ich hatte das eben gesagt, ihr könnt also hier über Upgrade, das kann ich jetzt in dem Fall nicht, weil alle, ihr seht es hier oben auf 2 von 2, 4 von 4, ich habe alle Pläne schon aktiviert. Wenn das aber nicht der Fall wäre, hättet ihr hierüber die Möglichkeit, auf Upgrade zu klicken und ihr landet dann im Grunde auf der Pricing- und Settings-Seite, wählt die jeweilige Subscription aus und könnt dann den Azure Defender-Plan an- oder ausschalten. Das Ganze sieht dann so aus. Mittlerweile gibt es einen Button für Enable All. Das heißt, ihr könnt dann alles auswählen. Aber ihr könnt dann auch hier hingehen und könnt dann einzelne Pläne nochmal deaktivieren oder auch nur, wenn es standardmäßig so steht, zum Beispiel nur Azure Defender für Server aktivieren. Wichtig ist dann hier oben auch auf Save zu klicken, damit das Ganze auch übernommen wird. Bei Servern ist es so, dass das Pricing immer auf die ganze Subscription greift. Das ist nicht bei allen Ressourcen so. Bei Storage zum Beispiel und bei SQL Databases habt ihr nämlich die Möglichkeit, die erweiterten Threat-Protection-Funktionen direkt auf dem Storage-Account oder auf einer SQL-Datenbank zu aktivieren. Das heißt, ihr könnt dann entweder auswählen, dass ihr das hier anschaltet. Das bedeutet dann, das gilt für 53 Storage-Accounts. Oder ihr lasst es an der Stelle hier aus und aktiviert es nur auf zwei von den 53 Storage-Accounts, indem ihr direkt auf die Ressource drauf klickt. Das geht dann also nicht aus Azure Security Center heraus. In anderen Worten, das hier ist keine Funktion von Azure Security Center im eigentlichen Sinne, sondern was hier passiert ist, in dem Moment, in dem ihr den Plan aktiviert, wird die Funktion, die in der Ressource eingebaut ist, die wird dann aktiviert werden. Das heißt, die Advanced Threat Protection Capabilities, die Storage und SQL mitbringen, sind eigentlich in deren Produkte eingebaut und wir nutzen Azure Security Center nur, um die Recommendations und die Sicherheitsalarme darzustellen. Nur, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber wenn ihr es hier rüber aktiviert, bedeutet das, dass es immer auf der ganzen Subscription aktiviert wird und ihr habt hierbei auch die Möglichkeit, es direkt auf der einzelnen Ressource zu machen. Das geht bei anderen Dingen nicht. Also bei Servern zum Beispiel habt ihr die Möglichkeit nicht. Ihr könnt dann nur wählen, Subscription an oder aus. Das heißt wiederum, wenn ihr jetzt Server habt, für die ihr keinen Azure Defender aktivieren möchtet, dann solltet ihr die in eine andere Subscription schieben, damit das Pricing dann nicht angewendet wird. Und das Pricing, was ihr hier seht, pro Server, pro Monat, bedeutet immer, wenn der Server rund um die Uhr läuft. Also das ist auch ein ungefährer Preis. Das könnte in einem Monat ein bisschen weniger sein, im anderen ein bisschen mehr. Das hier ist der Durchschnittspreis gerechnet auf alle Monate pro Jahr, wenn die Maschine wirklich die komplette Zeit an ist. Das heißt, wir berechnen nur laufende Maschinen, schaltet ihr die VM aus, zahlt ihr dafür auch nichts in Azure Defender. Wir haben gerade die Auto-Provisioning-Seite umgekrempelt. Das heißt, ihr habt da jetzt seit letzter Woche neue Funktionen drin. Sobald sie den lädt. Here we go. Bislang hattet ihr hierüber die Möglichkeit, nur den Log Analytics Agent automatisch auf die virtuellen Maschinen installieren zu lassen. Ihr könnt jetzt auch den Dependency Agent und das Policy Add-on für Kubernetes direkt hier raus auf allen Ressourcen innerhalb einer Subscription installieren lassen. Wir empfehlen grundsätzlich auch immer, den Log Analytics Agent hier rüber zu konfigurieren. Ich wechsle jetzt mal kurz in meine Subscription, weil hier kann ich euch das nicht so richtig zeigen. Wenn ich nämlich in meine Subscription wechsle, habe ich alle Rechte, die ich dann benötige. Here we go. Okay, zurück zu Pricing and Settings. Holen wir mal die Contoso. Und im Bereich Auto-Provisioning. Also wie gesagt, wir empfehlen grundsätzlich immer den Log Analytics Agent, wenn es möglich ist, hier rüber zu installieren, weil das die einfachste Möglichkeit ist, sicherzustellen, dass der Agent auch wirklich auf euren virtuellen Maschinen ankommt. Und der Log Analytics Agent ist wichtig, weil wir nur dann die Möglichkeit haben, auch in das Betriebssystem reinzuschauen zum Beispiel. Das heißt, wir sehen sonst keine Security Events. Und wir können auch kein Vulnerability Assessment laufen lassen ohne den Log Analytics Agent. Wir können auch nicht feststellen, ob ihr eine Endpoint Protection Lösung auf der Maschine laufen habt, wenn der LA Agent nicht sauber konfiguriert ist. Und hier im Bereich Extension Deployment Configuration habt ihr die Möglichkeit, entweder einen eigenen Log Analytics Workspace anzugeben oder ihr könnt es hier auf den Default Workspace, den Azure Security Center erzeugen wird, anwenden. Die Empfehlung an der Stelle ist, ihr solltet so wenige Log Analytics Workspaces wie möglich verwenden, aber so viele wie notwendig. So viele wie notwendig bedeutet, wir empfehlen in der Regel, dass ihr einen Workspace pro Azure Region, in der ihr auch wirklich Ressourcen bereitstellt, habt. Das hängt nämlich damit zusammen, dass ihr für ausgehenden Traffic aus einem Azure Rechenzentrum Geld bezahlt. Wenn ihr also jetzt Ressourcen in Nordeuropa habt und euer Log Analytics Workspace steht in Westeuropa, dann zahlt ihr für den ausgehenden Traffic von Nordeuropa nach Westeuropa Geld. Und das muss hier nicht sein. Also ist die Empfehlung an der Stelle, ich meine bei kleinen Umgebungen ist es egal, aber bei den Umgebungen, in denen wir unterwegs sind mit unseren Kunden, dann sind es schon richtig Beträge, die da hinten dran auflaufen. Da ist dann die Empfehlung, einen zentralen Log Analytics Workspace in jeder dieser Regionen zu haben, weil ihr die dann auch entsprechend im Hintergrund verwenden könnt. Das ist also dem Security Center in der Regel egal, wie viele dieser Workspaces ihr habt. Nur wenn ihr zu viele habt, dann wird es für euch halt zu unübersichtlich nachher. Die Historie zeigt, dass viele Kunden mehrere Workspaces verwenden, wenn sie sicherstellen möchten, dass Zugriff auf den einen Satz von Log Dateien nur für ein Team möglich ist und andere Teams haben Zugriff auf andere Informationen. Das könnt ihr aber mit einem Airbox Setting innerhalb des Log Analytics Workspaces eigentlich elegant umgehen. Es gibt dort nämlich die Möglichkeit, den Zugriff resource-centric zu aktivieren. Das heißt, ihr seht auch nur die Logs für Ressourcen, auf die ihr zugriffsberechtigt seid. Wenn ihr eine Ressource nicht sehen könnt, dürft ihr dann innerhalb des Log Analytics Workspaces auch die Logs dazu nicht sehen. Das ist jetzt ein Setting, das ihr pro Subscription machen müsst. Das wollt ihr aber nicht, wenn ihr über 1000 Subscriptions habt. Also ihr wollt dann nicht hier manuell reinklicken und wollt dann jedes Mal den Log Analytics Workspace auswählen und dann sicherstellen, dass auch der Satz an Security Events von der virtuellen Maschine dann konfiguriert wird. Immer manuell an jeder Subscription. Was ihr also tun könnt, ist, ihr baut euch eine Policy dafür, die ihr dann ganz oben auf der zentralen Managementgruppe eures Tenants aktiviert und dann wird dieses Setting automatisch dann auf die Maschinen schon ausgerollt. Ich hatte ganz kurz die Automatisierung vorhin angesprochen und wir haben eine Funktion, die nennt sich Workflow Automation. Auch dazu hatte ich schon einige Fragen in der Vergangenheit. Weil nicht ganz klar war, was ich denn hier eigentlich wirklich machen muss. Also, wir haben die Möglichkeit, aus Azure Security Center heraus, direkt eine Logic App zu triggern. Entweder, wenn ein neuer Sicherheitsalarm aufpoppt oder wenn es eine neue Recommendation gibt. Also, wenn ein neues Assessment durchgelaufen ist und eine Ressource dann als fehlkonfiguriert dargestellt wird. Dazu reicht es aber nicht, die Logic App an sich zu haben, sondern ihr müsst dazu dann eine Workflow Automation bauen. Und im Grunde ist das ein Gerüst um die Logic App herum, das dann von Azure Security Center genutzt wird, um diese Logic App zu triggern. Das ist also nichts Schweres. Ihr müsst dem Ding halt nur einen Namen geben. Ihr müsst die Ressourcengruppe auswählen, in die ihr diese Konfiguration dann gleich abspeichern möchtet. Und dann müsst ihr euch entscheiden, ob ihr auf Alarme oder auf neue Recommendations hören möchtet. Wenn ihr auf eine Recommendation hören wollt, dann auf welche bitte. Und ihr seht hier, das sind sehr viele. Nehmen wir vielleicht mal eine aus der Standard Policy Initiative. Zum Beispiel die hier. IP Forwarding sollte deaktiviert sein. Wenn jetzt also eine neue Security Recommendation erzeugt wird, die in Richtung IP Forwarding geht. Und wir können dann sagen, die neue Empfehlung soll unhealthy sein. Dann kann ich erzwingen, dass eine Logic App im Hintergrund gestartet wird. Dazu wähle ich dann eine Subscription aus oder eben alle. Und dann eine dieser Logic Apps, die ich hier gebaut habe. Nehmen wir mal hier das ASC Playbook und sagen Create. Das war alles. Also im Grunde, was ihr baut, ist hier nur ein Workflow, damit Azure Security Center weiß, welche Logic App es denn triggern soll im Falle des Falles. Die Logic App selbst hat einen entsprechenden Trigger. Das heißt, es gibt dann dort einen Trigger, der auf Alarme hört. Und es gibt einen Trigger für Recommendations. Und darauf basierend könnt ihr dann automatisch im Hintergrund das Ding starten lassen. Ich hatte das eben kurz erwähnt. Wir haben eine Logic App im GitHub, die für das Blocken von BruteForce-Angriffen zuständig ist. Die funktioniert ganz einfach so, dass sobald ein neuer Alarm hochkommt und der Alarm BruteForce beinhaltet, wird diese Logic App getriggert. Der Alarm selbst beinhaltet einige andere Informationen, zum Beispiel die angreifende IP-Adresse. Und die IP-Adresse des Angreifers wird dann genommen und wird als Deny-Rule in einer Network Security Group eingetragen. Das ist eigentlich nichts Kompliziertes. Aber ihr seht daran schon, wie komplex ihr eigentlich dann im Hintergrund die Dinge zusammenbauen könnt. Also mit Logic Apps habt ihr echt super viele Möglichkeiten. Und ihr könnt auch mit den Logic Apps auf alle unsere APIs zugreifen, entweder lesend oder schreibend, abhängig davon, welche Rechte ihr dem Managed Identity gibt. Und dann könnt ihr im Grunde dann auch wirklich automatisch Konfigurationen ändern lassen. Ich hatte Regulatory Compliance vorhin so ein bisschen angesprochen. Regulatory Compliance bekommt ihr auch nur dann, wenn ihr Azure Defender aktiviert habt. Ihr habt darüber aber sehr viele coole Möglichkeiten. Zum einen habt ihr vier eingebaute Compliance Standards, nämlich PCI DSS 321, ISO 27001, SOC-TSP und Azure CIS 110. Es gibt aber auch noch einige andere Standards. Und da ist jetzt gerade diesen Monat auch nochmal ein anderer hinzugekommen, die ihr euch hinzufügen könnt, wenn ihr das denn benötigt. Und eine weitere Funktion, die auch in der Vergangenheit sehr, sehr häufig nachgefragt wurde, ist, dass ihr jetzt auch die Out-of-the-Box Standards deaktivieren könnt. Ihr könnt also hier dann nur die Sachen wirklich einblenden, die für euch interessant sind. Ihr seht jetzt, ich habe bei mir zum Beispiel NIST SP800 und Azure CIS New in meine Umgebung eingebaut und dafür dann in einer Subscription den CIS 110 deaktiviert. Ihr könnt aber auch noch weitere eingebaute Standards mit hinzufügen, zum Beispiel Hyper-High-Trust oder NIST SP800 171 A2. Das heißt, ihr habt hier den Azure Security Benchmark, den eigenen Benchmark von Microsoft, der auf NIST und CIS beruht. Die könnt ihr also einfach dann hier über den Button Klick mit Add zu eurer Umgebung hinzufügen. Ihr werdet jetzt noch ein paar Parameter konfigurieren müssen, abhängig von eurer Umgebung. Und dann klickt ihr auf Review and Create und dann dauert es einen Moment und dann habt ihr diesen Standard bei euch dann auch nochmal drin. Jetzt ist es aber so, ich gehe nochmal kurz zurück zu dem Standard selbst. Ihr habt innerhalb des Standards grün, grau und rot. Grün bedeutet, dass eure Ressourcen im Hinblick auf das jeweilige Setting innerhalb des Standards compliant sind. Das heißt, hier laufen Assessments und diese Assessments sind im Grunde das Gleiche, was eine Recommendation im Secure Score oder im Recommendations Bereich ist. Sobald eure Ressourcen compliant sind, werden die als grün dargestellt. Ihr habt also hier jetzt keine Failed Resource. Das ist okay. Wogegen dann hier im Bereich 2. Dort haben wir einige Ressourcen drin, auch mit Standards. Da sind zwar welche, die sind grün. Das ist also alles okay. Hier gibt es aber zum Beispiel einen Server, einen Linux Server, auf dem RDS Support aktiviert ist. Das sollte nicht so sein. Jetzt hatte ich euch eben gesagt, wir haben Resource Exemptions für die Recommendation. Wir können also sagen, dass wir eine einzelne Ressource aus den Recommendations ausnehmen, sodass der Secure Score nicht beeinflusst wird. Und jetzt kommen natürlich auch Kunden, die fragen dann, naja, können wir das denn nicht auch hier in dem Bereich Compliance machen? Also Regulatory Compliance. Und die Antwort ist eine einfache und sie ist eigentlich negativ dafür. Es ist nämlich ein Nein. Und der Hintergrund ist aber auch einleuchtend, wenn man sich ein bisschen Gedanken darüber macht. Es ist nämlich so, dass was ihr im Bereich Regulatory Compliance seht, ist ja ein Assessment hinsichtlich eines dieser Standards. Wenn ihr jetzt also sagt, wir wollen mit unseren Ressourcen ISO 27001 compliant sein, dann wollt ihr dafür ja sicherstellen, dass hier auch alles grün ist. Wenn wir jetzt aber eine Ressource ausnehmen, bedeutet das ja nicht, dass die Ressource auch gesund ist, dass es der also gut geht hinsichtlich dieses Standards, sondern das bedeutet ja einfach nur, dass ihr die nicht mehr seht. Wenn also jetzt jemand vorbeikommt und das Assessment macht, also ein Auditor dann wirklich genau nachschaut, dann bedeutet das ja nicht, dass ihr dann automatisch auch die Zertifizierung bekommen könnt. Es bedeutet ja einfach nur, naja, dass ihr dort eigentlich ein Force Positive oder eine falsche Sicht der Realität seht. Deswegen könnt ihr im Bereich Regulatory Compliance keine dieser Compliance Standards oder Teile dieses Compliance Standards deaktivieren. Daneben seht ihr diese grauen Dinge hier. Wenn ich mit der Maus drüber fahre, dann kriegt ihr auch gesagt, warum das grau ist. Das bedeutet nämlich, dass das Compliance Control zurzeit nicht automatisiert ist. Das heißt, wir können kein automatisches Assessment auf die Ressourcen laufen lassen, damit dieses Compliance Control dann auch wirklich analysiert wird. Im ISO 27001 Bereich zum Beispiel gibt es ja sehr viele Dinge, die auf Prozessen basieren. Und diese Prozesse können wir halt nicht automatisiert über Azure Policies abbilden oder herausfinden, ob diese Prozesse auch wirklich im Unternehmen etabliert sind. Und deswegen sind die Dinge grau. Das heißt jetzt dann deswegen auch nicht, dass wenn alles hier im ISO 27001 Bereich grün ist und hier oben alles als Past dargestellt wird, das bedeutet dann deswegen nicht, dass ihr automatisch dann auch die jeweilige Zertifizierung bekommt. Es bedeutet aber umgekehrt, dass ihr, wenn ihr euch den Report hier oben herunterlädt und dann wird dort ein PDF-File erzeugt mit den jeweiligen Ergebnissen, wenn ihr das also macht und hier ist alles grün, dann könnt ihr auch zu dem Auditor gehen und könnt ihm dann beweisen, dass das gar nicht mehr analysiert werden muss, weil ihr es schon automatisiert gemacht habt. Es hilft euch also einfach nur als, wir nennen das Proof of Evidence, damit ihr dann also zeigen könnt, dass eure Ressourcen compliant sind für die Standards, die auch als compliant dargestellt werden. Nicht für die Standards, die grau sind, weil wir die einfach nicht analysieren können. Und wie gesagt, wichtig ist, ihr könnt keine dieser Einstellungen deaktivieren, weil es dann einfach ein falsches Bild innerhalb des Reports geben würde. Ihr habt hier die Contoso Security Baseline und das ist eine Policy Initiative, die ich selbst gebaut habe. Das ist also eine Custom Initiative. Und ihr seht auch hier, habt ihr das entsprechende Grouping. Einmal nach Ownership und einmal nach Keyboard Secrets. Das ist relativ einfach zu machen. Was wir nämlich hier tun ist, wir nutzen eine Policy Initiative aus Azure Policy. In der Policy Initiative gibt es jede Menge einzelne Policies. Das heißt, jedes Assessment hier ist eigentlich eine eigene Policy Definition, die erzeugt wurde. Und ihr habt dann innerhalb der Initiative Definition die Möglichkeit, ein Grouping zu machen. Ihr könnt also jede Policy einer oder mehrerer Gruppen hinzufügen und diese Gruppen werden dann hier unten drunter entsprechend dargestellt. Also in dem Fall Ownership und Keyboard Secrets. Wenn wir uns also die Policy Initiative mal kurz anschauen wollen, dann ist es nämlich eine ziemlich coole Möglichkeit, um eure Custom Initiatives dann auch so zu gruppieren, wie es denn für euch Sinn macht. Ihr habt hier die Initiative Definition Contoso Security Baseline und ihr seht, diese Policies sind da alle mit drin. Und dann habt ihr hier Groups. Ihr müsst also verschiedene Groups bauen. Ich könnte jetzt also hier nochmal eine Demo Group dazusetzen. Da ist jetzt keine Policy dazugefügt, aber ich kann auch eine bestehende, zum Beispiel die hier nehmen und kann die Policy dann zu einer Gruppe hinzufügen. Und jetzt seht ihr hier, dass diese Policy dann in zwei Gruppen auftaucht. Das dauert jetzt ein bisschen, das kann einige Stunden dauern, bis das im Security Center dann auch dargestellt wird, hinten dran nochmal. Aber sobald das gemacht wäre, würdet ihr jetzt im Security Center dann drei Gruppen sehen, nämlich Ownership, Keyboard Secrets und die Demo-Gruppe, die ich gerade gebaut habe. Und dann werdet ihr in der Demo-Gruppe auch diese Policy als Assessment dann nochmal wiederfinden. Okay, nee, Moment, das mache ich nochmal rückgängig. Ah, ich habe es gar nicht gespeichert, okay. Gut. Dann haben wir hier noch die Network Map im Azure Security Center oder eigentlich im Azure Defender. Das ist noch was, das euch das Leben erleichtern kann, wenn ihr in großen Umgebungen unterwegs seid. Wenn wir nämlich hier mal schauen, wir haben in der Mitte die Subscription, dann haben wir das virtuelle Netzwerk und das jeweilige Subnet. Und an dem Subnet seht ihr dann, welche Maschinen da dran hängen. Und ihr habt entweder die Topologie oder den Allowed Traffic. Ihr seht also dann auch, welche Maschine mit welcher Maschine kommunizieren darf. In einer komplexen Umgebung kann es halt schon mal schwierig werden, wirklich zu sehen und herauszufinden, wer denn mit wem jetzt wirklich noch sprechen kann. Und ich war mal in der Umgebung unterwegs. Das war eine mehrstufige Geschichte. Wir hatten also im Hintergrund um die, naja, eine dreistellige Anzahl an virtuellen Netzen. In denen befanden sich jede Menge Subnetze und in den Subnetzen dann über 1000 virtuelle Maschinen, die dann entweder als Jenkins oder als OpenShift Server betrieben wurden. Und diese Server sollten nicht miteinander sprechen können. Also VNet nach VNet sollte überhaupt gar nicht möglich sein. Und danach war eine Azure Firewall. Das heißt, der eigentliche Zugriffsprozess war der von On-Premises über eine VPN-Verbindung in ein virtuelles Netzwerk. Darin befand sich ein Jump Host. Und von dem durfte man dann durch die Azure Firewall in die jeweiligen Netze zugreifen. Während des Deployments, das war also noch in der Aufbauphase, war die Firewall mit eigentlich nur einer Regel ausgestattet. Das war nämlich dann nachher noch ein Router, der erlaubt hat, dass der Zugriff von jeder Maschine mit jeder Maschine möglich ist. Aber nur durch die Firewall. Das heißt, VNet nach VNet direkt ging nicht, sondern man musste wirklich über die Azure Firewall gehen. Das war für den einen oder anderen Entwickler ein bisschen zu kompliziert. Und die hatten aber das Deployment-Recht. Die durften sich also eigene Maschinen bereitstellen. Und irgendwann hat dann einer dieser Entwickler in einem Subnetz eine eigene Maschine bereitgestellt, die dann Management-Ports offen hatte in Richtung Internet, sodass er selbst dann von seiner Maschine über das Internet auf die virtuelle Maschine zugreifen und dort dann seine Dinge ablegen konnte, die notwendig waren. In dem Fall waren es Images für den Jenkins-Server. Das Problem ist dann, wenn ihr sowas konfiguriert habt und diese eine Maschine wird kompromittiert, dann habt ihr im Grunde nachher eine Kompromittierung bis ins interne Netzwerk, weil ja die Kommunikation von der Maschine durch die Firewall mit dem nächsten VNet über die VPN-Verbindung grundsätzlich noch möglich war. Und Network Map ist dann eine Lösung, die euch dabei sehr, sehr gut hilft. Ihr seht nämlich hier, da habt ihr an der Maschine ein rotes Ausrufezeichen dran. Und wenn wir uns dann mal anschauen, was das, was so ein rotes Ausrufezeichen bedeutet, dann bedeutet das hier, dass ihr eine offene Recommendation habt im Netzwerkbereich. Das heißt, hier ist es jetzt so eine Recommendation, dass ein Subnetz grundsätzlich ein Network Security Group aktiviert haben sollte und auf der virtuellen Maschine ist es jetzt in dem Fall Just-in-Time-Network-Access sollte aktiviert werden. Gucken wir mal bei denen hier. Das sind schon ein paar mehr, nämlich, dass überhaupt mal Netzwerk-Ports über eine NSG abgesichert sein sollten. Dann gibt es eine Recommendation-Management-Ports grundsätzlich zu sperren. Adaptive Network Hardening sollte aktiviert werden. Das ist eine Funktion, wo über Machine Learning Empfehlungen ausgesprochen werden für Zugriffe auf eine VM oder versuchte Zugriffe auf eine VM, die aus Microsoft-Sicht unsicher sind. Also zum Beispiel Zugriffe von einer IP-Adresse, die als unsicher eingestuft wird, weil wir halt wissen, dass es ein Bad Actor ist. Und es gibt eine Recommendation für Just-in-Time-VM-Access. Das heißt, wenn ihr jetzt über 1000 Server habt und habt einen Server mit so einem roten Ausrufezeichen und das dürfte es eigentlich gar nicht geben, dann findet ihr auch relativ schnell heraus, wo das Problem liegt und wie ihr das Problem beheben könnt. Also Network Map ist eine Funktion, die da schon ziemlich hilft. Bitte? Wir haben eine Frage. Können auch On-Premise-Netze mit eingebunden werden? Fragt der Frank. Ne, leider nicht. Auch was die On-Prem-Capabilities angeht, die wir haben im Bereich Multi-Cloud und User mit, jetzt bin ich schon wieder bei Englisch, mit Hilfe von Azure Arc. Dort können wir immer nur auf die Maschine selbst draufschauen. Wir haben also keinen Einblick in die On-Premises-Netzwerk-Topologie. Das funktioniert nicht. Wir hätten, also theoretisch könnte man sich was basteln mit Azure Sentinel, weil in Azure Sentinel könnt ihr auch auf Protokolle und Konfigurationen von Third-Party-Firewall-Appliances draufschauen. Aber das ist keine Funktion, die in Azure Security Center abgebildet ist. Also wir können wirklich nur auf die Maschine selbst gucken. Also wir können schon sagen, wenn dort die Firewall deaktiviert ist auf dem Betriebssystem, das wäre eine Empfehlung, die könntet ihr sehen. Aber wir wissen halt nicht, welche internen Kommunikationswege möglich sind bei euch, weil wir keinen Einblick in die Netzwerkinfrastruktur haben. Noch eine Frage dazu. Kann die Topologie über eine API rein? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Jedenfalls wäre mir jetzt im Moment keine API bekannt, über die wir diese Informationen nach außen geben. Lass mich mal kurz schauen in die offizielle API-Reference, wobei die nicht alle APIs beinhaltet. Weil ich frage vielleicht genau umgekehrt. Also so hätte ich sie jetzt verstanden. Also dass man über eine API seine eigene On-Prem-Topologie kann. Okay. Okay. Nee. Da lassen wir im Moment auch keine anderen externen Daten zuführen. Okay. Kann ich auch nichts zu sagen, ob das im Moment in Planung ist oder nicht. Wir haben eine Funktion für Azure Sentinel. Dort geht es. Dort habt ihr die Möglichkeit, sich dann entweder über einen Connector, über einen Third-Party-Connector, direkt Dinge anzubinden. Oder, wenn es den Third-Party-Connector nicht gibt, entweder selbst einen Connector zu schreiben beziehungsweise über einen Common-Log-Format dann diese Informationen dann reinzugeben oder eine API zu beanspruchen. Also die Kollegen dort haben auch eigene APIs. Aber das ist nichts, was wir im Moment für den Security, für den Network Map ermöglichen. Der Frank hat da noch eine Rückfrage zu. Ja. Nee, Micha, du hast ja schon genau so dargestellt. Also schön wäre es ja, wenn man dann sagt, in so Hybrid-Umgebungen, also Azure und On-Prem, würde man sowas wie ein Network Mapping und alles darstellen können, damit man auch sieht, ist das Network Zoning zum Beispiel richtig konfiguriert und, und, und. Und also gerade die On-Prem-Netzwerk-Topolation Technologie, wenn man die hier sehen könnte, wäre das schon, schon echt gut. Ja. Ja, macht Sinn. Nehme ich auch mal so mit, weil wir im Dezember auch nochmal darüber sprechen, was denn jetzt im nächsten Halbjahr an Funktionen kommt. Und zumindest ist es ja mal ansprechbar, zu schauen, wie, wie dort die Entwicklung weitergehen wird. Also ich weiß, wir werden im Bereich Multicloud und Server Protection, wird es neue Funktionen geben. Aber ich kann im Moment auch nichts dazu sagen, in welche Richtung es sich entwickeln wird, weil wir auch immer nur in Semestern planen. Das heißt, wir sind jetzt gerade in der Planung für das nächste Semester, was im Januar startet. Und die Planung geht auch nur bis zum 30.06. Also wir wissen heute noch gar nicht, was im zweiten Halbjahr 2021 an neuen Funktionen kommen wird. Einfach, weil wir im Engineering halt immer nur Halbjahresplanungen machen. Für mehr können wir uns auch aktuell nicht committen, weil einfach zu viele Entwicklungen, also wir auch von zu vielen anderen Entwicklungen abhängig sind. Im Azure Security Center ist es halt so, dass wir sehr stark zum einen von der Plattform selbst, also von dem, was in Azure möglich ist, zum Beispiel im Azure Portal mit dem Subscription Filter, aber auch von dem abhängen, was in anderen Produktgruppen entwickelt wird. Beispielsweise Log Analytics oder Azure Policy. Also wir haben zum Beispiel ja lange auf das Resource Exemption Feature gewartet. Und das ist eine Funktion, die eigentlich auf Azure Policy basiert. Also wenn ich jetzt, lass mich mal kurz hier eine kurz finden. Ja, hier habe ich drei virtuelle Maschinen und dieses, das Feature hier, Create Exemption, na? Na, das ist eine Funktion, wenn ich das mache, dann wird eigentlich hintendran in Azure Policy eine Policy Exemption erzeugt. Das ist also keine Eigenentwicklung von Azure Security Center, sondern das ist einfach was, was wir aus der Plattform heraus dann nochmal benutzen. Und so hängen wir natürlich in vielen Bereichen dann auch nochmal von den Kollegen ab. Also jetzt zum Beispiel, was Monitoring angeht, sind wir halt sehr stark abhängig von Log Analytics, weil wir alle unsere Informationen im Log Analytics Workspace speichern und wir brauchen auch den Log Analytics Agent, um auf die VM-Informationen oder auf die On-Prem-Server-Informationen zugreifen zu können. Also um einen Security Event Log zu analysieren und auch zum Beispiel zu schauen, ob eine In-Memory-Attack auf einem Server läuft, brauchen wir zwingend den Log Analytics Agent, weil wir anders keine Möglichkeit haben, auf die Maschine drauf zu schauen. Habt ihr noch weitere Fragen? Okay. Ich gucke mal gerade hier drüber. Nicht, dass ich was vergessen habe. Das sieht aber gut aus. Dann würde ich einmal kurz zur Summary kommen. Da möchte ich nämlich noch zwei, drei Dinge nochmal im Detail ansprechen. Also, wir haben auf der Ignite Azure Defender vorgestellt und das Rebranding in verschiedenen Produkten. Und was jetzt eigentlich passiert ist, ist, wir hatten vorher das Cloud Security Posture Management als Azure Security Center Free Tier und das ist heute immer noch Azure Security Center. Da hat sich also nicht wirklich was dran geändert. Die Cloud Workload Protection Capabilities, die wir hatten im Azure Security Center Standard Tier, die haben wir heute auch immer noch mit erweiterten Funktionen. Es kamen also dann auch nochmal jetzt einige Funktionen dorthin zu, zum Beispiel die Multi-Cloud Funktion. Aber das ist heute das, was ihr als Azure Defender findet. Und um es ein bisschen einfacher zu machen, wo ihr denn welche Produkte seht oder welche Funktionen seht, eigentlich alles das, was ihr hier außerhalb von Azure Defender sehen könnt, mit Ausnahme von Regulatory Compliance, das müssten wir halt weglassen, das sind Funktionen, die ihr kostenlos in Azure Security Center schon automatisch mitbekommt. Das heißt, den Secure Score, die Recommendations, die Möglichkeit der Workflow Automation und, das hatte ich jetzt eben noch nicht angesprochen, wir sind im Moment schwer dabei, mehr Informationen bereitzustellen. Das heißt, ihr findet zum einen dann auch hier nochmal einen Hinweis zur Azure Security Center Community. Ihr habt dann aber auch direkt weiter unten hier Links zu Blogposts, die wir in unserem Team, aber die auch teilweise das Engineering selbst, das Produktgruppen, also die Produktgruppe von Azure Security Center auf Tech Community veröffentlicht. Also ihr findet hier zum Beispiel einen Blog von mir aus dem Juni, Carlos, einer unserer Global Black Belts, hat im Juli was veröffentlicht, die Safina dann nochmal im August, das Senior Program Manager auch bei mir im Team. Das heißt, ihr habt hier immer die Möglichkeit, die neuesten Informationen, die neuesten Blogs zu interessanten Themen rund um Azure Security Center zu finden. Zum anderen habt ihr hier oben den What's New Button, den möchte ich euch echt ans Herz legen. Ihr findet den direkt hier in der Overview, wenn ihr nach Security Center geht. Und dann ist das, im What's New findet ihr immer die aktuellsten Informationen, die neuesten Release Notes. Im Grunde ist es unsere Release Notes Seite für November oder für Oktober. Das heißt, ihr findet hier dann alle Neuerungen, die es wert waren, zu erwähnen. Und was jetzt ganz neu ist, ist hier die Important Upcoming Changes. In Upcoming Changes findet ihr Informationen zu, wir nennen das dann Breaking Changes, also zu Änderungen, die wirklich einen Einfluss haben werden. In dem Fall haben wir jetzt hier keine Upcoming Important Changes. Wir hatten aber gerade letzte Woche oder vor zwei Wochen dann hier auch nochmal eine Änderung. Wenn es also darum geht, dass wir eine Downtime haben oder dass wir wirklich Änderungen vornehmen, die euch beeinflussen. Zum Beispiel haben wir vor kurzem die Assessment IDs von einzelnen Assessments geändert. Das war irgendwann im Sommer. Das werdet ihr dann spätestens dann merken, wenn ihr einen Automatismus habt, der auf die Assessment ID drauf schaut, weil der dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr funktionieren wird. Das heißt, diese Dinge findet ihr in den Important Upcoming Changes. Und bei den Release Notes seht ihr dann die Sachen, die gerade announced werden. Also wenn es was Neues in der Preview gibt oder wenn irgendeine Preview-Funktion GA wird, dann schaut hier immer in die Release Notes rein. Die werden jeden Monat aktualisiert. Und das heißt, die von Dezember, die werden jetzt demnächst dann auch wieder wahrscheinlich vor Weihnachten kommen, sodass ihr dort immer up-to-date seid. Darüber hinaus haben wir jetzt was ganz Neues. Und zwar habt ihr hier oben den Button Guides and Feedback im Bereich Recommendations und auch im Bereich Secure Score. Und wenn ihr auf Guides and Feedback klickt, dann habt ihr zum einen eine Information darüber, was sind denn Recommendations eigentlich. Ihr findet aber auch hilfreiche Links. In dem Fall ist es die Dokumentation dazu, was dann Security Controls und die Recommendations sind mit Übersichten dazu. Und ihr findet entsprechende Community Tools. Also zum Beispiel hier einen Link zu einem Blogpost und zu GitHub, wie ihr denn eine Übersicht behalten könnt über Resource Exemptions. Und wenn wir jetzt hier auf Link to Blogpost klicken, dann werdet ihr sehen, das ist ein Artikel, den ich geschrieben habe mit einer Automatisierung, die ich gebastelt habe. Da findet ihr also direkt aus dem Produkt heraus dann nochmal Informationen dazu, wie ihr denn mit Automatisierung und einer Funktion umgehen könnt. Das gleiche habt ihr im Secure Score. Da gibt es auch Guides and Feedback. Da sind die Tools aber anders. Das sind nämlich hier dann die Automatisierungen, die eben mit Secure Score zusammenhängen und jetzt weniger mit den einzelnen Recommendations. Und bei View All Community Tools landet ihr dann auch wieder im GitHub. Zudem habt ihr die Community auch hier drin. Das heißt, hier oben habt ihr das Forum und den Community Blog und User Voice. Wenn ihr jetzt irgendein Feature habt oder wenn ihr einen Request für ein Feature hättet, dann findet ihr das hier. Und hier unten habt ihr auch wieder den Button direkt zur GitHub Community. Hier drin dann nochmal der Hinweis. auf dem Wiki. Da findet ihr eigentlich alle Informationen dazu, wie ihr contributen könnt oder auch was ihr contributen könnt. Also wenn ihr irgendwas habt, was eurer Meinung nach hier drin auf jeden Fall gut aufgehoben wäre, dann sehr gerne. Lasst es uns wissen. Erzeugt den Pull Request. Und wir sind dann sehr, sehr froh, euch als Community Members im Azure Security Center GitHub willkommen zu heißen. Zudem haben wir hier eine What's New Seite. Dort könnt ihr auch immer mal wieder reinschauen. Die findet ihr auch im Wiki. Dort seht ihr die neuesten Artefakte mit einer kurzen Beschreibung und wer das wann hochgeladen hat. Und zwar alles das ab diesem Fiskaljahr. Also im Grunde ab Sommer, ab Juli habt ihr hier eine schöne Übersicht darüber, was es denn im Moment so alles Neues gibt. Also da könnt ihr auch immer mal wieder reinschauen. Sobald was Neues hochgeladen wird, wird es dann auch hier in die Tabelle mit eingetragen. Azure Security Center dann nochmal zu merken, welche zwei Bereiche es denn hier gibt. Es geht zum einen um das Cloud Security Posture Management, zum anderen um Cloud Workload Protection. Im Bereich Cloud Workload Protection dann auch mit, das sollte nicht passieren, mit Azure Arc. Und zusammen mit Azure Arc habt ihr dann wirklich die Absicherung für Server, Cloud Workloads, IoT, Azure Service Layers und so weiter. Und das halt nicht nur in Azure, sondern auch in anderen Cloud Umgebungen. Für heute würde ich vorschlagen, dass ihr, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, Security Center in eurer Umgebung aktiviert, damit ihr den Secure Score und die Recommendations seht und daran dann auch arbeiten könnt. Unsere Empfehlung ist immer, nehmt die fünf ersten Recommendations innerhalb des obersten, Security Controls und arbeitet daran, um dann wirklich auch einen Unterschied zu machen, also um sicherzustellen, dass eure Umgebung dann auch sicher ist. Und dann könnt ihr noch Azure Defender zumindest mal für Server aktivieren. Der Vorteil hier ist, ihr habt 30 Tage eine kostenlose Testvariante. Also ihr könnt das wirklich aktivieren und dann mal nach 20 Tagen schauen, was sich denn geändert hat und wie die Funktionen denn so sind. Dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, das nochmal zu deaktivieren auf der einen Subscription. Oder ihr lasst es halt weiterlaufen und arbeitet dann mit den zusätzlichen Funktionen, die ihr über Azure Defender bekommt.